Mode ist für mich eine Lebenseinstellung. Mode macht Spaß, Mode ist zum Ausprobieren da. Mode ist etwas, was den Menschen Spaß bringt. Kleidung, mit der ich mich ausdrücke und auch damit ausdrücke, wie ich mich fühle. Man möchte natürlich sich auch selbst wohlfühlen. Ich sage, dass Mode keine Altersfrage, sondern eine Zielfrage ist. Mode ist einfach Spaß. Ich müsste manchmal ein bisschen mutiger sein und manchmal versucht man mich auch mutiger zu machen. Gute Beratung ist vor allen Dingen auch Service. Den richtigen Stil für jeden Kunden herauszufinden. Dem Kunden vor allen Dingen zuhören. Mich in den Kunden hineinzuversetzen. Was er mit dem Produkt, was er kauft, eigentlich erzielen will. Was will er damit machen? Wir wollen, dass er gut aussieht. Wir wollen, dass er sich wohlfühlt. Offen und ehrlich. Wie ein Freund praktisch zu sein, zu stehen und zu beraten. Deshalb sage ich Modeberater und nicht einfach nur Verkäufer. Dann fühlt man sich auch heimisch und dann fühlt man sich in einem Laden wohl. C. Schmidt in unserer Region ist das größte, schönste Modehaus einer nordflüssigen Küste. Wenn Sie das jemandem am Telefon erzählen, der glaubt es gar nicht. 50 Meter vor einer Nordsee steht so ein großes Modehaus. Ja, C. Schmidt in Husum ist, ja eigentlich ist Husum C. Schmidt. Es gibt ja in der ganzen Regionie an der Westküste nichts Vergleichbares. C. Schmidt ist einmalig. C. Schmidt ist der Anziehungspunkt von Husum. C. Schmidt sorgt dafür, dass viele Leute hierher kommen. Uns kennt man. Ob Hamburg, Berlin, München. Die sind eigentlich einfach bekannt. Da hat man alle Marken, Modelle, Formen. Der Kunde kann kommen und kann im Haus seinen ganzen Bedarf für seine Familie abdecken. Also wir haben für jeden und für alle was. Wir sind immer sehr orientiert an neuen Trends und auch da wirklich richtig einzukaufen, um den Kunden wirklich auch das Neue anzubieten. Wir sind immer auf dem neuesten Stand. Aus meiner Sichtweise bilden wir hier ein Sortiment, eine Markenstruktur, auf die in jeder deutschen Großstadt stehen könnte. Viel mehr wird uns aber von unseren Kunden bestätigt, dass wir gerade in puncto Service hier noch ein ganz anderes Niveau haben, dass der Kunde hier noch ernst genommen wird. Also gerade Kunden, die nicht aus Husum kommen, sondern von weiter weg, kennen das gar nicht so, dass man sich so um Kunden kümmert. Man wird ja auch viel Zeit für den Kunden hat. Sind wir ganz ehrlich, bei 10.000 Jeans wissen wir halt noch ein bisschen früher als der Kunde, welcher Dienst er sucht. Das ist gute Beratung. Das ist die Empfehlung für ein gutes Aussehen, für gute Kleidung und für eine gute Zusammenstellung von Kleidung. Da wir sehr gut geschult sind, können wir auf jeden Kunden individuell eingehen, weil wir unsere Ware sehr gut kennen. Also es ist nicht nur, dass man hier seine Kleidung kauft, seinen Hemd, seinen Pullover, seine Hose, sondern man bekommt hier einfach mehr mit, denke ich mal. Dann fühle ich mich in meiner Kleidung wohl, dann fühle ich mich im Restaurant wohl und nach dem Essen fühle ich mich sowieso wohl. Vielen Dank. Vielen Dank.